Würde ich sagen, auf zur nächsten Runde. Einheiten, Animation, Tanzen, ui. Bergen, Zerklinge, Gegenschaben, nutzlos. Zumindest nicht in der Qualitätsstufe, die ich hatte. Wahrscheinlich mit dem 20% Angriff Speedboost, den man noch rausholen kann. In der dritten Stufe wären sie vermutlich besser. In Masse natürlich. Terranor. Ha, gegen Terranor, wunderbar. Für ihn wäre es jetzt gut zu wissen, was ich spiele. Ich schaue mal, dass ich einfach wieder die Erko zuerst hochbringe. Gucken, ob das noch funktioniert. Das ist wieder so ein Doppel. Dann machen wir erst die kleine Rampe zu. Aber sicher! BBM bereit! BBM einsatzbereit! Hm. Kommt drauf an, wie du spielst. Du kannst theoretisch mit genügend Echo so viele Hedges haben, wie du magst. Ist halt immer schwerer zu kontrollieren. Das ist wohl richtig. Was nicht passt, wenn passend gemacht. BBM bereit! Kommt nicht an! Nicht genug, nur ein. BBM einsatzbereit! BBM einsatzbereit! Schlechte Neuigkeiten? BBM einsatzbereit! Losgeladen und entsichert! BWF bereit! Hä? Was wichtig? Schlechte Neuigkeiten? Kapiert! BWF einsatzbereit! Was wichtig jetzt? Ihr werdet jetzt an! BWF bereit! Blattmarsch bereit! Nur zu! Was nicht an? BWF einsatzbereit! Gibt nicht genug Generalien! Was nicht passen wird, passen. Ganz kaum noch mehr. Die BN bereit. Boah, heigen ja schrecklich. Los, los, los. So, die Echo sollte jetzt, glaube ich, mehr oder minder stehen. Schauen wir, dass wir ein paar schnelle Marinesquads kriegen. Was brauche ich nochmal für eine Raumhafenefabrik? Alles klar. Zu lange nicht mehr gespielt, weiß ich nicht mehr, was man für was braucht. Ich könnte auch mal upgraden zur Satellitenstation. Mal gucken, was er bis jetzt gebaut hat. Musik 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 Das sieht mir nicht nach viel aus, wobei... ...durchaus ja, Einheiten oder eine Second Base woanders bereits gebaut haben könnte mit dem Bild. Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. aber auch nicht weiter rauskommt. Und da sollten wir vielleicht einfach ein paar Panzer hinschicken. Wir können jetzt versuchen mit einem Drop bei ihm hinten rein zu gehen. Schauen wir mal, was er so schönes hat. Dachte ich mir, der zweite Echo steht noch nicht. Er hat es erst so weit gemacht. Okay. Ich lass dich da nicht in die Base. Vergiss es. Worauf soll ich ballern, Sir? Okay, dann auf zum Bobblebid. Du kommst auch da hoch. Wie ist denn der an mir vorbeigekommen? Hat er da hinten off gemacht, oder was? Dann gucken wir erstmal nochmal. Okay. Er ist jetzt erst bei dem zweiten und ich glaube, das ist noch ein Anfängerspieler. Weil ich sehe bis jetzt noch keine wirklich großartige Truppenbewegung bei ihm. Ist jetzt nicht negativ gemeint, ne? Also, nicht falsch verstehen. Ich glaube, das sollte an Panzern eigentlich reichen. Wir bräuchten nur noch ein Sichtfeld. Mal gucken, ob ich sie damit rauslocken kann. Ah, das war einer wert. Komm runter. Ja, komm schon. Und gib ihm. Und rein da. Jetzt habe ich natürlich die ganze Zeit meine eigenen Einheiten total vernachlässigt. Schicken wir mal die Transporter hoch. Okay. Nicht schlecht. Der erste Wind. Okay. Danke für den Tipp. Ist sie Cyber Snake? Gerade etwas schwer zu erkennen auf dem anderen Bildschirm. auf dem anderen Bildschirm. es wäre Ihr es hier schrecklich aus.